Ich bin nicht in Düsseldorf. Wer irgendwo Ähnlichkeiten vermutet, weil da ein Flugzeug drüber fliegt, ist es nicht der P1, sondern ich bin in Leipzig, liebe Freunde des Campings. Und ganz interessante Geschichte zum Vorlauf. Über das Wochenende war ich hier im Knauscamp, Zwecksvorbereitung, Karawanien. Dann fahre ich los, fahre auf dem Autobahn zubringen. Was kommt? Ein Trägernauhtransporter mit einem Forster. Und den wollte ich schon lange mal filmen. Da steht er, aber wenn ich natürlich zuerst mal vorstelle, ist dieser junge Mann. Wir sagen manchmal junger Mann, wir glauben es nicht, bei dir glaubt man es noch. Servus, grüß dich. Wir kennen uns schon von den Messen. Genau. Du bist hier der Teamleiter, Verkaufsleiter? Genau, Teamleiter für den Wohnmobilbereich bei der Dännebier-Gruppe. Und ja, macht das jetzt im achten Jahr. War eine ganz gute Geschichte. Und jetzt sind wir halt hier am Standort und schön, dass du uns besuchst. Ich verfolge den Autotransporter, komme wirklich bei euch raus und wollte schon ewig mal zu Dännebier. Keine Geschichte, Leute, aber Dännebier, wenn ihr öfter mal Berlin, Leipzig überhaupt in den Ostbundesländern unterwegs seid oder wart, dann kennt man eigentlich Dännebier, weil auf jedem dritten Kennzeichenhalter liest man das. Das ist ein Riesenladen. Ja, wir haben über 30 Fialen. Insofern, wir sind in Sachsen, Brandenburg und so weiter, Berlin sind wir schon eine Nummer. Schon stark vertreten. Mit einigen Marken, hier sprangt Kia drüber. Und hier sehen wir auch noch einen fahren. Da guckst du mal, dennebier-leipzig.de. E-Mobilität ist angesagt, aber noch nicht bei den Campern. Nein, da haben wir noch ein mittel Hausaufgaben, genau. Ja, das Thema wird kommen, aber wir werden mal genug berichten die nächsten Jahre. Es freut mich, dich jetzt auf dem Weg zu sehen und mich freut es natürlich auch, das Fahrzeug mal zu sehen, denn den gibt es nicht so oft und ich bin echter LF. Jetzt die Leute, die keine Ahnung vom Camping werden sagen, was spinnt ihr mit LF? Das sind Fahrzeuge mit Heckbad bei der Trägernau-Gruppe. Genau, Heckbad und wirklich auf sieben Meter Länge für zwei Personen, unfassbar viel Raum und Komfort. Das Hubbett geht ja auf ein normales Bettenmast runterzulassen, also ich komme auch bequem rein. Ja. Also wirklich ein interessanter, schöner Grundriss, wer einfach ein bisschen Platz und Komfort sucht. Ihr habt folgende Marken. Du hilfst mir, falls ich was falsch mache. Eure. Ich mache gerne mal was falsch. Klar. Ihr habt im Hintergrund, steht auf dem Bürsten eine gebrauchte Leica, eine Entzahlungnahme, aber hauptsächlich habt ihr Eure. Genau, Kermann Forster und seit diesem Jahr jetzt, starten wir jetzt gerade im Berliner Raum mit Challenger nochmal richtig durch. Da freuen wir uns sehr drauf. Das geht jetzt los. Die nächsten Wochen kommt die ersten Fahrzeuge auf den Hof geräugt. Das wird eine gute Geschichte, ja. Ich bin ja in dem Lager schon lange zu Hause. Ja, ich weiß. Habe es auch lange verkauft. Liebe Grüße an alle Besatzungen, alle Trägern und Marken. Carsten Sträter bei Challenger. Wir haben ja viel Kontakt. Ich kenne die Fahrzeuge wirklich in- und auswendig. Da komme ich mal vorbei. Das machen wir in Berlin. Super. In Potsdam seid die auch, habe ich gesehen. Ja, Potsdam und im Norden von Berlin, im Marzahn. Insofern ist ja diese ganze Region um Berlin ringsherum ganz gut besetzt. Und wie gesagt, da haben wir dann mit den vier Marken ein ganz breites Portfolio. Das passt für mich perfekt, weil ich jetzt über diese Knauskamp-Karavanien-Geschichte für 24 viel unterwegs bin. Wenn ich über in der Nähe dann Zukunft Stellplätze, da schaue ich öfter mal vorbei. Dann könntest du mich am Laufenden halten mit den Modellen. Ja. In Leipzig auf der Messe ist ja die auch immer, das weiß ich. Selbstverständlich, ja. Dann sehen wir uns hier eh schon wieder in vier Wochen. Das ist Heimspiel. Da geht es wieder los, genau. Ja. Vier, fünf Wochen TZ Leipzig. Da haben wir den Trigano-Stand, wo alle Marken vertreten sind. Wir sind auf allen Ständen präsent. Sehr gut. Dann geben wir beide Gas oder mit Kollegen mal filmen. Ja. Aber das ist super, weil ihr habt immer so ziemlich alle Modelle, wenn es irgendwo möglich ist, vorrätig? Ja. Also wir haben einen sehr guten Vorlauf, einen sehr guten Lagerbestand. Wir haben eine sehr breite Mietfahrzeugflotte, die wir jetzt saisonbedingt natürlich jetzt dann auch gern wieder abverkaufen. Ja. Sodass wir da momentan schon aus der Vermietflotte über 30 Fahrzeuge abverkaufen. Insofern, also ja, da ist für jeden in allen Größen, allen Marken, die wir besetzen, vom Mietfahrzeug bis zum Neufahrzeug, alles drin. Ja. Ja, es ist Mordswasser-Vorrat. Das sieht man wirklich. Ein Besuch lohnt sich. Wer aktuell was sucht, jetzt wird es natürlich interessant, auch wieder preislich. Mietfahrzeuge haben wir da hinten einstehen. Wir haben uns jetzt bei den Gelegenheiten, nachdem ich ja den LF verfolgt habe, auf einen kurzen Forster-Querschnitt geeinigt. Machen wir mal ein kurzes Video davon. Hauptsächlich LF und dann guckt man bei so einem Mietfahrzeug von 21 rein. Die werden gerade alle aktuell abgemeldet und renoviert, in Anführungszeichen. Ja, gehen so durch den Werkstattdurchlauf. Dann machen wir Funktionsproben, die notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen, was eben nach der Mietsaison irgendwo anfällt. Da haben wir jetzt mal einen stehen, der ist jetzt schon durch die Werkstatt durchgegangen. Ja. Da können wir uns gerne mal anschauen, wie die bei uns so ausschauen, auch von der Ausstattung her. Wir machen ja auf alle Mietfahrzeuge die Dachklimaanlagen mit drauf und solche Geschichten. Ja, ja. Um einfach auch da ein bisschen den Zirkus mit zu geben. Das habt ihr immer in der Vermittlung drauf, Klimaanlage. Also bei Fahrzeugen um die sieben Meter ist das einfach in jetzigen Klimazeiten. Ja, ja. Ich würde auch nicht mehr ins Hotel gehen, wo keine Klimaanlage ist im Sommer. Ja, ich lebe ja in diesen Fahrzeugen und da wünsche ich es mir jedes Mal. Ich fahre es vorbeistens Presseautos, die das nicht haben, weil die sind relativ schlecht, nicht negativ gemeint ausgestattet, weil die ja später mal gepimpt werden. Das ist noch ein Prototyp, eine Nullserie, die ich derzeit fahre. Die war auf vielen Messen gestanden, die hatten viele Leute besucht, das Fahrzeug, aber läuft fadlos. Ja. Kümmern wir uns um Nummer 1. Wir werden ja viel erfahren in der Zukunft. Ich bin mir sicher, wir sehen uns wirklich in nächster Zeit wieder, weil das passt hier perfekt. Es ist alles da. Ihr seid super aufgestellt. Guckt euch mal das an. Ihr findet auch immer einen Parkplatz und es gibt auch lecker Kaffee. Das ist für den Kämpfer mal das Wichtigste. Ja, der geht uns nicht aus. Das ist für mich echt wichtig. Einen Parkplatz finden und einen guten Kaffee kriegen, dann geht es schon mal los, da kann man sich unterhalten. Haben wir einen guten Start. Das ist ein 23er. Jawohl, genau. Ja. Auf Citroën, ja. Den haben wir noch spontan mit aufnehmen können. Ja. Der kommt natürlich vom Lagerplatz, Zwischenlagerplatz, vor dem Werk, dann kommt er auf den Transporter. Ich habe gesagt, lass ihn so, wie er jetzt gerade vom Autotransporter gefahren, gefahren sagt man automatisch, gefahren wurde, weil, wundert euch nicht, er ist natürlich ein bisschen schmutzig, aber wir sind authentisch unterwegs, wir müssen nichts schönen. Aber den kann man jetzt dann hier kaufen. Mobile Inserat folgt demnächst über eure Pompets. Genau, wir bereiten den jetzt auf, Werkstattseitig vor, da wird eine Anlieferungsinspektion gemacht, wo wir alles durchchecken. Ja. Ja, wird natürlich gereinigt, dass er schön auf Hochglanz poliert dann auf dem Hof zu sehen ist. Ja, klar. Und dann werden wir ihn auch dann inserieren. Das kennen viele. Ich klopfe immer auf GfK und nicht mehr auf Holz. Ja. Das findet man relativ wenig in den Fahrzeugen, mittlerweile wo man klopfen kann drauf. 7 Meter 2,35 Meter breit, interessant für zwei Leute natürlich das Fahrzeug. Gewichtstechnisch wird der Leergewicht 2,8 Tonnen haben und circa drei Fahrbereite Masse schätze ich. Genau. Wenn wir dann so die Grundausstattung mit Marquise und Ähnlichem, dann kommen wir sicherlich in die 3 Tonnen irgendwo. Die Garage ist größer als meine. Also gut, das ist auf der linken Seite der kleine Deckel. Hier habt ihr den großen. Deckel sage ich schon, Tür natürlich. Aber wir können mal bei der Garage kurz anfangen. Da liegen jetzt auch noch Polster drin. Ist da ein Bettumwahrsatz im Fahrzeug? Ja, wir können ja die Tischgruppe dann als Bett umbauen noch zusätzlich mit nutzen. Aber haben natürlich das elektrische Hubbett dann auch zum Unterlassen. Ja, das Hubbett ist groß. 1,90 mal 1,60. Das weiß ich mittlerweile recht gut. Das ist gleich wie beim Eurer. Jetzt fragen mich immer alle den Tobi mit zwei Metern. Wie schläfst du da? Ich bin alleine. Ich liege da leicht quer. Ich habe immer die Embryonalstellung beim Schlafen, Beine ein bisschen angezogen. Ich habe da 0,0 Probleme. Du kommst mega schön rein, auch wenn du ein bisschen älter bist und vielleicht wirklich über das Polster einsteigst, drehst du dich rein. Also jeder, der Angst vor dem Hubbett hat, muss er nicht haben. Das ist eine tolle Lösung. Absolut. Ja, Forster hat sich irrsinnig, ich wollte schon fast sagen, gebessert. Nein, es sind ja Entwicklungen. Und da sieht man schon immer, dass das weiterentwickelt wird, dass Verbesserungen vorgenommen werden auf Erfahrungswerte. Ja, es sind auch viele unterwegs. Ja, absolut. Es ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Wir haben ja jetzt zehnjähriges Jubiläum gehabt. Ja. Und ja, also wie gesagt, ich verfolge das jetzt auch seit zehn Jahren mit der Marke. Das ist schon eine schöne Geschichte, auch eine sehr emotionale Geschichte. Das Schöne ist, du sagst, du verfolgst das seit zehn Jahren. Du bist ein, ich bin immer vorsichtig mit dem Begriff alter Hase. Das ist schon ein Running Gag mittlerweile, aber du bist selber Camper. Ja. Nicht einer, der Autoverkäufer uns später mal gesagt hat, verkaufen wir Camper, sondern das ist ein eigenes Ding. Ich komme komplett aus der aus der Schiene und auch mit den Trigano-Marken. Das ist so ein so ein Verwachsen über die über die letzten 13 Jahre jetzt. Ja, das ist immer wichtig. Ich habe nichts gegen Nicht-Camper. Ich rede auch mit Hotelschläfern, um Gottes Willen. Aber wir leben hier im Campingzirkus und da ist die Identifikation eine ganz andere. Ja, absolut. Da ist natürlich ein bisschen Zubier noch fest eingepackt mit Verbandskasten, Kennzeichenträger. Da kommen natürlich die Dinevir-Kennzeichengehalter dann drauf. Logisch. Aber Riesengarage mit übrigens 300 Kilo Bodenlast. Genau. Das ist nicht schlecht. Toilettchen ist hier, ist auch auf der Markisenseite, sprich der Wohnseite. Ja, da sagen einige, ich will das da nicht haben, K.O.-Kriterium, sollte auf der Rückseite sein. Leute, geht nicht anders. Innen ist das Bad und das Klo da. Genau. Ist immer irgendwo diese Kompromissfindung, aber wenn man drin das Raumgefühl sieht und diese Aufteilung hinten im Badbereich, das macht alles Sinn und hat alles auch eben wo seine Richtigkeit. Oft geht es nicht anders und eine Kröte musst du immer schlucken. Und wenn es nur die ist, muss ich mal ehrlich sagen. Toilette, wenn man das gerade ansprechen, ihr macht Autarkie, ihr macht Veränderungen, ihr macht Glasana, ihr macht Wechselrichter, alles was Wohnmobil-Pimping angeht, oder? Wir haben sowohl die Ausbildung für unsere Mechaniker mit 230 Volt-Anlagen, Gas, Klesana ist natürlich jetzt ein Riesenthema gerade. Da sind wir komplett drin in dem Thema und können da das komplette Portfolio anbieten. Das ist immer wichtig. Gerade wenn man so eine Gruppe dahinter hat, ihr habt ja hier am Standort, wie viele Mitarbeiter arbeiten in Leipzig? Also hier jetzt in Leipzig sind es 110. In der gesamten Gruppe sind wir schon über 1000 Mitarbeiter mittlerweile. Da hast du schon einen richtigen großen Laden dahinter. Da wird schon darauf geschaut, dass jeder die qualifizierten Ausbildungen hat. Das ist kein Hinzum-Kunz-Hinterhof, bitte. Also wir machen auch für die Mechaniker diese Technikerausbildung beim DCHV. Wenn sie dann einmal angekommen sind bei uns, das ist ganz klar. Also Ausbildung und Fortbildung ist unabdingbar. Bei den technischen Weiterentwicklungen muss. Haben aber auch viele verpennt, kann ich ganz offen sagen. Ja, das ist auch eine Herausforderung. Ich war früher auch skeptisch. Ein Autogeschäft jetzt auf einmal Wohnmobile macht. Aber jetzt mittlerweile sind mir das die Liebsten, weil da kann ich mich einigermaßen auch von Qualitätsanspruch verlassen. Ist so. Ja, das ist klar. Da ist natürlich die Symbiose mit dem PKW-Bereich da. Und da sind natürlich Standards, die im Wohnmobil-Bereich erst kommen. Aber wie gesagt, diese technische Vielfalt im Aufbau für die Mechaniker, das ist natürlich auch eine Herausforderung. Und deswegen musst du da auch schonungstechnisch permanent dranbleiben. Wenn du das sehen würdest, was ich gerade sehe, dann müssten wir eigentlich einen Oscar der Campingindustrie für das Video geben, weil wir haben Forster. Wir haben den Baum mit dem Forst dahinter. Wir haben den blauen Himmel. Sieht echt geil aus. Perfekt erwischt heute. Ich habe dich auch echt genötigt. Bitte, bitte, lass uns gleich ein Video machen, weil das muss man jetzt im Herbst natürlich sofort wahrnehmen, wenn es wettertechnisch auch schön ist. Und dann gibt es ganz andere Bilder. Face-to-Face. Jawohl. Ich totaler Fan. Früher haben wir gesagt, nur L-Sitz-Gruppe. Jetzt gibt es das, dann hast du Platz. Ja. Also so eine Lounge mit so einem Raumgefühl, wenn ich hier abends mit meiner Dame des Herzens irgendwo gegenüber sitze. Ja. Den gibt es ja nur so auf Citroën. Ja, in dem Fall ja. Ja, in dem Fall ja. Der Tisch, den hat man geändert, ich weiß gar nicht mehr wann, aber vor einiger Zeit. Und das ist jetzt richtig solide. Drückst du runter, schaltest du frei und da kannst du natürlich hier auch perfekt die Platte drin und der hat halt endlich Auflage, dass du stabil ohne ein Hängen der Platte auch mal ein bisschen lassen kannst. Ja. Bitte nicht drauflegen oder da Sport drauf machen. Klar, es bleibt ein Leichtbautisch, aber das ist mega groß, das Ding. Ja. So kann man das lassen. Abgenommen. Also reinklappen, auch während der Fahrt. Natürlich gibt es die Frontsitze, die Hecksitze. Die klappen wir dann hoch. Ich habe den dritten, vierten Gurt, habe ich hier. Ich kann die Sitze entsprechend hochklappen. Ja. Dann haben wir ein Hubbett drin und das Hubbett ist natürlich nicht wie beim integrierten vorne, was manche auch schätzen, sondern es ist auch groß genug. 1,90. Das ist sogar ein bisschen breiter. Das ist das Hubbett bei mir. Ne, es hat 1,90, 1,60. Ich habe gestern sogar noch nachgeguckt. Ja. Da haben wir jetzt aber keinen Strom drauf. Wenn ihr Interesse habt, dass du sehen, kommt der mal vorbei. Wie gesagt, der ist jetzt unangetastet gerade das erste Mal aufgemacht worden. Genau. Wenn wir die Batterie eingebaut haben und so weiter, der Werkstattdurchlauf, dann werden wir da auch Fotos präsentieren. Von dir und deinen Kollegen zeigen lassen, richtig. Genau. Und vielleicht kommen wir mal. Schöne Zeit, der Eingang bleibt trotz des Hubbett frei. Ja. Ja, was in vielen Grundrissen im teilindigrierten Bereich ja dann schon immer das Problem ist, dass wir dann die Tür damit verstellen. Ja, ist einfach wirklich ein toller Grundriss. Der lässt dich schön schlafen. Wie gesagt, über die Polster kann man auch vorne einsteigen, wenn die Sitze dann gedreht sind. Genau. Das wisst ihr ja, dass das funktioniert. Ich denke immer an die Neulinge, ist immer so ein blödes Wort, an die Wohnmobil-Camping-Einsteiger. Die wissen das teilweise auch noch nicht. Ich werde heute noch gefragt, kann man die Sitze drehen? Ja, man kann sie fast bei jedem Reismobil drehen. Also ich habe eigentlich noch keines gesehen, wo es nicht ging. Das ist schön gemacht vom Design her. Werdet ihr aber dann gleich gucken. Im zweiten Teil gehen wir in den 24er rein, weil du hast schon 24 am Hof stehen. Genau. Forster hat dieses Jahr für die 24er-Modellreihe ein neues Interieur präsentiert. Das können wir uns dann gerne mal anschauen. Aufgeforstet. Aufgeforstet, genau. Der Horst wird wieder lachen. Schöne Grüße an Horst. Der guckt echt meine Videos. Das ist der Vertriebsleiter bei Forster Deutschland für Trigano und der kennt uns halt alle seit Jahren. Mit viel Leidenschaft. Ich kenne ihn auch schon sehr lange. Aber hallo. Genau, so wie Andreas Puppe noch. Im Fallen haben wir ja. Jetzt fahren wir fast alle durch. Die kümmern sich um euch hin da und so weiter. Da kommt der Fernseher hin an die Wand oder wo auch immer ihr wollt. Smart TV ist ja immer mehr am kommen. Werdet ihr auch kaum mehr Schüsseln verbauen oder doch immer noch? Ja, wir verbauen sie schon noch hauptsächlich. Aber da ist natürlich ein Wandel im Gange. Da gibt es auch eine Entwicklung. Ja, ich war jetzt auf dem Stellplatz. Da waren 23 Autos und ich habe in meinem WLAN Verzeichnis 23 netzige gefunden. Weil jeder schon einen Router dabei hat, der einen Hotspot aufgemacht hat. Den Kühlschrank liebe ich wirklich. Der ist kompakt. Der ist in der richtigen Höhe und der hat auch ein schönes Fach unten drin. Ja. Das passt. Wir reden ja jetzt nicht von einem 5 oder 6 Stern Auto. Das muss man auch gleich mal sagen. Forster hat annehmbare Qualität für echt faire Preise. Ja. Also Challenger, Forster, Karman, das sind wirklich Fahrzeuge. Ich sage mal Hotelsterne 3 bis 4 Hotelsterne. Aber da kriegt man noch eine Menge Auto fürs Geld. Ja. Preisdiskussionen, da sind einmal dahingestellt. Alles ist toll. Gut, wir haben Preisentwicklung. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die haben wir nun mal. Das ist eine Realität. Aber es ist wirklich die Alternative in der Mittelklasse. Ja. Und mit Euro haben wir dann nochmal. Lass uns mal einmal miteinander winken ins Spiegel. Ein blöder Gegner. Immer miteinander winken ins Spiegel. Ich hatte mal lustig. Ich gehe mal beim Challenger mit den beiden Türen. Ja. Wusstest du denn noch? Was war das? 287 war es nicht. Egal. Vor ein paar Jahren Premiere. Der hat sich nicht so ganz durchgesetzt. Ein englischer YouTuber, Andrew Ditton, auch liebe Grüße. Filmt in der Früh um 8, halb 9 im Caravansalon diese Premiere. Da war nichts los. Wir beide alleine in der Halle. Ich wusste nicht, dass er da ist. Und er wusste nicht, dass ich da war. Und beide mit laufender Kamera. Jeder macht eine Tür auf. Und wir treffen uns im Auto. Und seitdem war das das Fahrzeug mit der Brexit-Door. Weil da wurde gerade der Brexit eben verhandelt. Und wir mussten so lachen, dass wir echt die Kamera ausmachen mussten. Das war nicht gestellt, aber einfach gefunden. Ja, im Bad technisch, klar ist da eine Stufe drin. Das ist kein Doppelbodenfahrzeug, aber trotzdem wintertauglich. Und ein Durchschlupf für Hunde, Hundebox, Weinkeller, Bierkeller, Getränkekeller, Lager. Auch da. Für mich eine wichtige Geschichte. Ja, absolut. Wenn ich an die Getränke ran möchte und muss nicht raus, ist das natürlich eine freie Sache. Ich habe es vorhin auch probiert wegen Stehhöhe. Du weißt ja, du guckst manchmal die Videos, oder? Bist du das? Ja, doch. Jetzt hast du die Chance. Ja. Hier habe ich weit über zwei Meter vor dem Sockel und ich habe auch hier genau meine 1,98-5. Ja. Und in der Dusche geht es sogar wieder ein bisschen runter in die Duschtasse. Man geht nicht in Duschtassen, wo kein Schutz drin ist. Deswegen machen wir das nicht. Nagelneues Auto. Aber ich stehe da wieder mit zwei Meter voll und ganz aufricht drin. Okidoki. Und dann kommt natürlich dieser Megaschrank. Ich bin auch begeistert, dass die Kamera echt so gut aufhält. Siehste mal, es ist eigentlich wissentlich dunkler, aber es ist echt herzeigbar. Ja. Und da kannst du wirklich... Schon spektakulär, der Stauern. ...bunkern. Das ist wirklich groß. Ich habe ja trotzdem die große Heckgarage, ja. Ja. Es stimmt, der hat ja drüben noch diese große Tür, oder war das ein anderer? Genau. Das ist der LF, da müssen wir noch hinkommen gleich, gell? Also, da braucht es sich keiner mehr beschweren. Zuladung, dreieinhalb Tonnen, solltet ihr mit vier hinkommen, aber man kann natürlich bei euch auch auflasten, wie auch immer. Ja. Wir können auflasten. Der Grundriss ist natürlich optimiert auf zwei Personen mit viel Platzbedarf. Ja. Und... Aber wie gesagt, für vier Personen, klar, kann ich auflasten. Alle Möglichkeiten da, ob ihr Felgen, Reifen oder sonst was braucht, ihr habt ja einen großen Ansprechpartner. Da geht alles aus einer Hand, wenn man so schön sagt. Ach, das liebe ich. Das hat mir bei eurer Vergessen-Kleine-Anregung. Macht mal einen Haken für den Putzlappen hin. Ja. Das sind so Kleinigkeiten. Wo legst du dein Tüchlein hin? Ja. Wir haben ja in der Küche, auf der Innenseite der Tür, hatten sie immer mal so ein... Ja, so ein Rost. Ja. Aber der ist, glaube ich, auch weggefallen. Ja. Ja. Normal. Ich sag's auch gleich dazu, hier ist kein Soft-Close drin. Ja. Es ist und bleibt ein Budget-Auto, wie wir es jetzt sagen. Und das kostet Geld, wenn du überall Soft-Close reinbaust und so weiter, dann bist du halt... Und trotzdem haben wir doch recht solide... Absolut. Scharniere, ja. Ja. Und sogar drei. Ja. Da haben sie nochmal aufgemörtelt. Und auch Einlageböden fehlen oft auch komplett. Ja. Schön. Soft-Close muss aber nicht sein, dass es hier nicht drin ist, ja. Hier haben sie es drin. Ja. Nur oben hat man beim Euro natürlich, wir kosten auch ein bisschen mehr wieder diese... Auch Soft-Close-Geschichte. Ja. Die Küche näher anzuschauen, dann krieg ich immer geschimpft. Es sind wirklich überwiegend Damen und wobei ich jetzt keine natürlich heutzutage hier diskriminieren möchte, aber überwiegend Damen sagt, Tobi macht die Schubladen auf. Das kann ich Mona von in Halfies besser. Ich mach alles auf. Liebe Grüße an Mona. Bei der hab ich viel gelernt. Gut. Dann schauen wir uns den Schrank noch an, oder? Ja. Und wir haben jetzt schon wieder 20 Minuten auf der Uhr, wir beiden. Könnt ihr schon ganz gut miteinander. Dann würde ich sagen, machen wir einen zweiten Teil. Gerne. Kommt dann wieder zum Gucken nach der Türe hinten links. Und dann werden wir uns diese drei Kameras noch kurz anschauen. Einer ist verkauft, hab ich gehört, da kann man nur die Kamera reinhalten. Ich finde das immer wichtig, dass das auch geschätzt wird, dass in Kundenautos nicht mehr reingegangen wird. Das ist jetzt nichts Neues, habt ihr von der anderen Seite gesehen, aber was natürlich cool ist für größere Sachen, kannst du nach oben durchladen, kannst du Ski reinstellen, was auch immer. Das kann dann hier auch nochmal vergottet werden, verspannt werden, ne? Also gerade Ski ist natürlich ein Thema, ne? Fahrradträger werden ja immer weniger verbaut, auch wenn man auf den Straßen schaut. Deswegen die großen Garagen, die teuren E-Bikes und teuren Fahrräder, die wollen gut verstaut und verräumt werden. Sehr schön. Schönes Fahrzeug, ne? Endlich mal eine LF erwischt. Ich hab gestern noch geguckt, das ist die Annegret übrigens. Schönen Gruß an die Annegret. Die wartet seit drei oder vier Monaten auf diesen Zuschauerwunsch. Ich hab einen gefunden hier bei der Dänneberg-Gruppe heute in Leipzig.